Hallo und willkommen im Büro von Remax Gensandorf. Nach dieser schwierigen Zeit wollen wir ein Zeichen setzen und unsere regionale Wirtschaft unterstützen. Deshalb verlosen wir einen 50 Euro Gensandorf Gutschein, einlösbar in über 30 Betrieben in unserer schönen Bezirkshauptstadt und darüber hinaus. Alles was du dazu tun musst ist Remax ECO zu folgen, diesen Beitrag zu liken und zwei deiner Freunde unter diesem Posting zu markieren. Danach wird von uns ein Gewinner, eine Gewinnerin ermittelt und bekannt gegeben. Macht's alle mit, seid's dabei, unterstützen wir gemeinsam unsere Betriebe in unserer Region.